Also wir geben B, B warst B. 10, 10! Ich werd defaniert. Das hab ich schonmal gemacht. Was soll ich mit dem der Wachen? Dann hat eine uns alle gekillt. Ich, soll ich mal Ablenkung? Ein Sniper. Rein, 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 rein. Achtung! Ach dieser, rechts! Und da ist der Geil, hat er grad nicht abgeschnellt, als er daneben stand. Als er zwei Meter von mir rausgekommen ist. Ich check nach hinten, da ich gerne. Genau. Darf ich platzieren? Ja, mach. Genau vor dir ist einer. 11.000. Da wo du gerade nicht geklappt hast. Zum Geier-Maffe da. Da kommt erst der Weihnachtsmann. Er schießt auf den scheiß Weihnachtsmann. Ich mein, den kann man nicht übersehen. Du bist nicht schwein? Du bist nicht schwein? Weiter, weiter. Aber ich hab ihn. Schauze. Lass ihn noch warten. Ja. 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 Da kommt die Treppe runter. Er mußte doch Gas geben, sonst kommt er nicht rechtzeitig an. Habt ihr gesehen, jetzt war ein bisschen Schusswechsel und hat noch grad 5 Sekunden mehr gehabt, als er bräuchte. Wo sie alle hier hinterherrennen wollen? Nö, niemand! NIEMANN! Da ist der Weihnachtskreffen. Mich hat der Weihnachtsmann erschossen, ich schwöre. Dieses Jagd für mich immer nicht, was schlopft den Scheiße. Varko, kommt er ja nicht mehr. Oh, ey, 11.000 Edding und sonstige kackelte. So Freekill für die. Ah! Airbox? Ja! War das? Weiß ich nicht. Alter, der K... Ach, dieser Vorhandschöne! Keine Ahne, kommt mir nicht schnell genug zu. Meine Maus ist wohl immer noch unempfindlich. Darf ich bitte Mark und Zargon gehen nach Segen, sie wartet aber da. Playbox geht nach B. Mit Dings, Mausen hier und du kommst mit mir mit, sagst. Ja komm Schatz. Ich hab das Gefühl, dass die uns von da kommt. Das ist mir scheißegal, was ist. Dass sie irgendwo hinrennen, dass sie alle herkommen. Wartet, macht doch nichts. Wartet, lasst sie warten. Boah. Das ist der Gegensatzschuch. Mitte kommt. Da schießt einer mit einem Bogen. Gummihammer. Gummihammer. Gummist du mal durch? Das stimmt! Nee. Da will ich nicht durchgucken, ich habe Angst. Flash oder, nee, Rauch weiss ich nicht. Soll ich jetzt warten, oder nicht? Machen wir jetzt ne Ansage! Ich hab'n Sargon gekillt! Okay, komm, lass uns rein! Na mal, Bischof! Äh, darf ich mal kurz stören? Nein! Liegt die Bombe! Heading 5000, legt die Bombe! Ah, kacke! Hat der Wicker umgegammelt! 2000, generell schon weh, bitte! Geht halt wichtig, super! Boah, da kann man durchschießen! Dieser Wichser wartet hinter dem Karton bis hin vor! Hallo, bitte! Kommt! Nein, bald live! Weißer! Einfach nicht überzeugen, ey! Lass einfach mal alle in die A gehen, oder? Lass einfach mal alle in die A gehen, oder? Ich dachte A! Geht A auf! Geht A auf! Geht schon endlich! Das ist anderer A natürlich! Ach, ich schmeiße deine Blendgranate hin! Das ist keine Blendgranate! Das ist noch raus! Scheiße! Sniper! Ein Sniper weg, einer noch angehitet! Ich renne rüber, war da! Woop! So! So, ich bin auch noch da! Ja! 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 Ich weiß nicht, ob der hier runter kommt, wenn hier fünf Leute sind, oder was? Ja! Ich bin zu Tritt! Darf ich nochmal kurz stören? Deck-Count! Boom! Was möchtest du denn jetzt, schnell, Santa? Äh, der ehemals Suppenhuhn, der unseren TS probiert hat, ist gerade als Killer-Fisch oben im Supporter-Micht. Wie soll ich weiter verfahren? Cool! Äh, Rechtsklick! Gebannt! Nein, einfach weg! Okay! Sollen wir mit ihm! Loch Nails! Achtung! Nicht da rein! Elt tausend augen, wie in dieEND houen, als Hyder! Darwende selbstgemold! Get full! Ich eth noch hier dran! Ichog die E, einen entsprechende. ausgabe ich auswarten würdest du das nicht machen wenn du schlechtes spieler hat ist er spricht noch 11.000 edding schacht aber mal lack vorsichtig zur mitte vorsichtig da halt immer ein bisschen hin und erst weg danach hast du Ich habe keinen Bock da lang zu gehen, das ist zu gefährlich. Geh doch durch den Schacht oder mach mal B, und die macht A scharf. Kommt zu A. 2 gegen 2. B, nach der Seite. Gute Entscheidung. Negi Mitte. Wart am Sporen und bis einer kauft. Was meinst du, snipe der oder was? Natürlich snipe der, der einen wo reingeschossen hat und gekillt hat, zweimal. Die snipen nicht. Der eine schockt. 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 Mach scharf, mach scharf. Ich muss doch nicht gucken, hörst du doch? Defensiv, gell? Ja. Geh netter hin Hallo Ruhe bitte Nicht, rate noch Jetzt wird mir Garnate Nein Noch nicht Gucken Schatze Gucken Gucken Das Tier ist wegen Pissen als Rasset-B Ist der bei mir drin? Achtung, hoch, 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 geh, geh, geh. Fall da um, Alter. Haha. Ich leg, oder? Ja. Mach mal scharf, die sind alle im Winter. Alter. Du musst nur hinhalten. Lagsgeil, wo bist du? Ja. Scheiß Arcade, ja. Ist doch noch was anderes. Ihr habt doch alle noch Nades, dann werf Stück für Stück eine Nade. Die mir Zeitflöten geht. Genau dahin zur Bombe. Hast du noch eine? Noch eine zur Bombe, genau jetzt. Jetzt. Nicht töten, nicht töten. Töt ihn nicht. Ja, ich mach mal nochmal. Okay. Du kannst auch nicht mal kurz eine halbe Runde warten, oder? Nein, dann die Runde gewonnen, während du gewartet hast. Ja, geht doch klar, aber. Er hat noch nicht, wer will nochmal. Doppel-Headshot. Legst du, Tarko? Schön dabei. Bis gelegt. Sichern. Du bleibst da, das ist sehr gut. Und du in die andere Richtung. Will der Weihnachtsmann mich verarschen, als wenn er kriegt das Hauptschuss mit der scheiß Pistole. Einer ist AFK, gell? Ja, mach nix. Einer kommt von hinten von unserem Spawn. Ja, genau da. Lass ihn reinkommen da sein. Doch, sei, hab doch dauernd. Den schafft er nimmer, auf keinen Fall. Keine Chance. Komm, machen wir noch ein bisschen Action. Ja, du brauchst. Mal ein bisschen Action. Mal einen Punkt holen. Alter, dritter Headshot. Was ist hier los? Das ist ne to... Das ist ne coole Waffe, Alter. Genug Action. So ist das in Ordnung, ja? Was machen wir jetzt? Nicht noch mal. Nein, nicht noch mal das gleiche, Mann. Na, na. Boah, scharf. Noch BBC Action. Denken wir alle, dass wir auf der anderen Seite sind. Ja, nicht. Aber nicht, wenn er bei uns durchrenkt. Nein, dann natürlich nicht. Lass es, lass es. Komm, alle drei rein. Drei, zwei, eins. 3-A mindestens. Was ist denn hier los, Alter? Die Waffe ist zu geil, Mann. Ich lande hier nur Headshots. Ist das ne assi Waffe, ey. Ja, ist noch einer. Lass ihn runter, lass ihn runter, komm. Raybox, einer, ne Dark Sky. Einer snipe da Mitte, ne? Der snipe die Treppe runter. Gute Gold. Oh, 9000 ending. Wie geht das? Läuft. B. Geh mal A, hier geht alle B. Was jetzt? Das hat der Ast rein funktioniert. Danach machen wir mal Bebasch. Okay. Na, eigentlich, dass ich nicht live, dass ich nicht live streame, sonst müsste man was wir vor. Komm, geh rein, geh rein. Durch, 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 durch. Du, er nur rumlackst, oder? Sehr deutlich. Hör dich, du ey. Dann jumpt der mich rein, ey. Ich spring los mit dem Aufgranat, und er trifft mich ins Sprung durch die Fiste ein. Missten alle da sind. Sein. einer im eck wie hat er wie hat er gemessert bitte wie hat er mich bitte gemessert waren wir in der mitte durch und von hinten auch freuen oder was ich kenne ein bisschen auf die und gucke da mal und dann gucke ich bei A ob da was angeholt kommt die sind da hinten, die sind da hinten, da hinten drin boah beide angehittet 9000, bleib mal auf Klingzell da waren, guck genau da hinten warte, warte 11000, endlich nehmt die Jabberhawk und ich geh aufgespawnt ja hier hinten, dann nis was komm, von hinten angeschlägen oh, zweiter habe ich weggeholt ach so tue einer kommt von nach der kommt nis offensichtlich rück, geh zurück boah, fall doch um alter der kam getroffen vergiss es, bleib da nicht stehen geh da nicht rein er ist zu flink für dich guck schaße, der Sniper, der zielt direkt rein das ist nur ein bisschen hinhalten 11.000 rennt man nicht so schnell, gleich hört man was seh hier alle drei von hinten stop, 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 nicht rennen schön auf Kopfhöhe ok langsam war das denn bitte da kommen die A, meinst du ja, beide ja, beide sind noch 3 er hat 3 A ja gut da war Raum ach, die gehen über die stop, weiter dahin kannst du mir die rechte Kante eine Näh drunter werfen ja, jetzt der beim ersten Mal schon treffen können ja, ich habe gerade irgendwie Playbox wollte, dass ich mich geistig verändere ich möchte was probieren hab dir gesagt mal Ansage fand das geht nicht ja, du darfst nicht pinken, das ist verboten das stinkt ich konnte mit bei wegen Butterkeks alles klar ich wusste, da gibt es einen Haken an dem Geschenk eine weg Tür mindestens einer was WTF JUMIT LASSEN SIE DANN ALLEIN DIE AGEN als Maul, du kannst ja wohl die Scheide sagen selber klappt nochmal nah ich bin da, mit Playbox du kannst gehen die Stelle da vorne ist aber scheiße die Stelle da vorne ist aber scheiße weil sie mich da schon gesehen hat du kannst dir die Haken nehmen wenn ihr den gefallen wird wer ich? wo? ja du nächste Runde wegen was denn? rechts ist noch eine im Serverraum in der Ecke da genau ja das sind zwei du mit bleibt eh Ey, guck was da ist! Was ist los mit dir? Bisschen ist noch! Ja, einer angehittelt im Serverraum, einer noch voll. Da ist noch einer. Geh zurück, geh zurück, du hast Zeit! Begrümmel dich, irgendwo eine Ecke. Duck dich, ziel dahinten! Ich glaube, es gibt keinen Weg! Nicht dahinter, nicht dahinter! Bleib links, wenn dann von dem Teil! Geh nicht raus! Geh da nicht hin, Mann, er muss kommen, nicht wir! Och, jetzt greif an und knall den ab, Mann, ey! Kannst nicht mehr sehen! Mach doch jetzt mal, Mensch! Mach doch, mach doch, Mensch! Mach doch, mach doch, Mensch! Also gut, ich geh... ... ... EBR Ich guck mit der... B ist ein Sniper auf jeden Fall! Was denn? Der Sniper soll nur ablenken! Sag, Sky! Ne, für Apple, der guckt den Schacht und Boom! Ey, ey! Voll gerade ausgehuckt! Welche Pistole sind die Beste, wenn man ein Sniper ist? Das, Sky hat jetzt kein Zeit! Sorry! Ach doch, der kommt! Wom wo? Einer ist auf B drauf, hinten in Ecke 2 auf B drauf! Einen hab ich mit denen gesehen! B, B! Die sind alleine hinter... Die sind zu dritt bei B! Ne, einer ist bei A! Im Schacht! Geh, B! Brenn rum! Noch eine! Nachladen! Also, ich seh' noch vier, aber egal! Na, dann... Wollen wir mal alle weg holen! Einen kann man noch bei A rum! Die ist durch! Noch einer von hinten! Ah! Das ist kacke, wenn man so in den Krieg reinhüpft, ne? Ja, was soll ich denn sagen? Was soll ich denn machen? Wenn da vier Leute sind und ein Zeitwerk läuft? Nasenpupeln, oder? Dann gehst du ihn nutzen! Okay! Hast du schon mal Feind gegoogelt? Kommt ein Bild von mir! Ja! Let's on, see, flume it! Na ja, B ist wieder ein Sniper! Lass ihn kommen, Dagon! Wack! Wahnsinn, da unten in der Boxen! Einer angehittet, einer Kopfschuss weg! Einer, wenn der kommt! Einer kommt über Mitte hoch! Die ist auch A! Aber das ist easy! Ich hörte, da kommt Brecher, ne? Ja, da könnte der ja einen jetzt kommen, der uns gerade über... äh, den Dagon nicht gerade überrannt hat! Oh! Der ist über Mitte gerade hoch gegangen! Scheiße! Darkstyle, komm! Sie sind beim B! Warte! Da sind die zwei Sniper draufgegangen! Guck mal raus! Guck raus! Guck raus! Guck raus! Ey, dieser dreckige Weihnachtsmann, ne? Was ist los mit dem P! Ja, der ist da! Der ist da hinten! Der zieht genau dahin, wo du bist! Man macht jetzt keinen Scheiß! Jetzt! Jetzt renn auf A, Hedding! Renn! Darkstyle! Wo bist du? Du was für... Für... Von hinten! Für Gott oder... Mit steifem Penis! Scheißegal! Da hast du einfach rein! Wer ist da weggeflogen! Da rein, beide! Einer ist da noch! Einer ist da noch! Drei! Zwei! Zwei! Diffuse! 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 Coole Nummer! Super! Gleich kippt er um von vork! Da hab ich nur mal auf E gedrückt! Na, die Fresse, Marc! Ich mach nen B-Warsch! Können wir wetten! Dann halt ich bei A-Destellung! Oh, dass sie wollen, dass wir denken, dass sie nen B machen! Ah, Serverraum Ah, ein gehintet Einer Headshot Einer ist Schacht, ja goal, Einer ist ein Schacht Alle rein! Ich war einfach hinten gekommen Das war echt assi Daxka ist wieder nicht bis 9 eingespelt, sondern bis 10, ne? Wunderbar nicht, Horst Warum? Weil du in die Lobby reingegangen bist Ah, ok Ah, ich hab die Idioten ausgesucht, na gut Dann sind die in Ordnung Jetzt ist da jemand drin? Überhaupt Mindestens einer 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 kommt durch den Schacht rein und einer ist ein Serverraum Was? Komm mal da! Immer Stopp, leise, leise Ich bruch Hilfe! Bejar 2, 2 Fck Was war das, Alter? Player left Ich dachte, er würde den Kapitalin da anklagen. Der veräppeln oder was? Guck mal, wieviel da drauf war auf den. Ey, der was für einen roten Ping der hat. Der kommt mir auch nicht deutsch vor. Ja, Spanier. Ja, der ist wirklich bayerisch. Ah, Serverraum. Ich bin mittig. Ich bin mittig. Kommt mal, Serverraum, alle. B ist glaub ich gar keiner. Da war gar nicht mehr Render da. Stopp. Bei B ist gar keiner, was? Bestimmt, bei B ist gar keiner. Die kommen bei A jetzt rein. Warte, komm, die kommen bei A jetzt rein. Wir müssen snipen. Wir müssen snipen. B ist sicher noch. Ja, auch A du raus. B ist sicher. Alle A. Alter. Oh, muss ich immer das Opfer sein? Das ist doch scheiße. Shit, der hat mal ne Jabberwock. Vorsicht. Den haben alle angehittet. Wo ist der letzte? Bei A ist noch einer. Der andere ist besser nicht. Nice. Da war er. Oh, mach mal das gar nicht. Eins, komm. Fangen wir an einen noch. Wollen wir wetten, die machen B diesmal? Das glaub ich auch. Sag's geil, jedes Mal wenn du wetten sagst, ist genau der Scheiß. Also, äh. Mhm. Wir waren die ganze Zeit jetzt bei A. Wenn's immer nicht geklappt hat. Und keine Smoke. Natürlich halt, ich werfe alles runter, was ich besitze, ey. Und dann geh ich erstmal zurück entspannt auf A, weil ich weiß, dass hier wahr kommt. Jetzt kann ich noch. Ja, da sind sie B. B, B. Was? Echtes? Doppelkillgranate. Doppelług Kylo? Da muss nur zwei storben. Vier. Vier. Was? Ja, wie zieht's nochmal was? Bin wir drauf oder was? An. Einer. 2 sind doch tief nach unten drin 1 ist mal ganz hier da merkt es immer ich glaube die kommen mitte die lenken uns jetzt hier ein bisschen ab und dann gehen die wieder auf A und ich gemerkt dass da nicht hergekommen ist du bist ok dann kommt die nicht hervor mitte mitte wie viele sind mitte es sind nur noch zwei also ich hab noch einer 1 Lass ihn kommen Lass ihn hinhalten Lass ihn hinhalten Mitte mitte Lass ihn kommen Jaja Die müssen die Bombe legen Da ist jemand dann Naja klar Wieder entschärfen Lass ihn legen Lass ihn legen Hill den Nein leg ihn doch Playbox renn b renn b zu a sofort Ich hab's gesehen Einer geht durch den Schacht 11.000 Ne Playbox Ich komm Ich komm bei dem Schacht nicht hoch Du musst ihn legen lassen Renn rein Renn rein und füllte den Renn rein und füllte den noch Lass ihn Lass ihn Lass ihn Lass ihn Lass ihn